Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cyberport Unboxing. Heute packen wir den Mac Mini 2,5 Gigahertz i5 aus Late 2012 aus. Es ist das kostengünstigste Modell aus dem Hause Apple und soll trotzdem eine gute Leistung bringen. Dann schauen wir mal, was alles in dem weißen Karton drin ist. Geliefert wird der Mac Mini, ein Netzkabel, ein HDMI zu DVI Adapter und eine Kurzanleitung. Natürlich fällt auf den ersten Blick das schicke, kompakte Design auf. Ob das Gerät auch seinen Kauf wert ist, werden wir in unserem Extra-Test hier auf dem Cyberport-Kanal veröffentlichen. Werfen wir noch schnell einen Blick auf die Anschlüsse. Los geht's mit dem Ein- und Ausschalter, einem integrierten Netzteil, ein Ethernet-Anschluss, einem Steckplatz für Firewire 800, ein HDMI-Anschluss, ein Mini-Displayport, vier USB 2.0-Anschlüssen, einem SD-Kartensteckplatz und zwei 3,5 mm Klinkenbuchsen für den Audio-Ein- und Ausgang. Das sonst auf der Vorderseite vorhandene DVD-Laufwerk wurde in dieser Version weggelassen. Warum und ob der Mac Mini nun weiterhin als Wohnzimmer-PC genutzt werden kann, klären wir im ausführlichen Test. Bis dahin verabschieden wir uns für heute und sagen, bis zum nächsten Mal. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!